Der Sonax Pflegeratgeber Das Sonax Glanz Shampoo Konzentrat reinigt bei jeder Autowäsche alle Lack, Gummi, Kunststoff, Vinyl und Glasflächen eines Wagens. Vor der Wäsche sollte grober Dreck mit klarem Wasser abgespült werden. Für die folgende Handwäsche reicht eine Verschlusskappe des Shampoos. Besonders gründlich lässt sich jedes Auto mit dem Sonax Multischwamm oder dem Sonax Mikrofaserschwamm waschen. Dabei nicht zu fest aufdrücken. Das Sonax Glanz Shampoo Konzentrat durchdringt und löst den Schmutz, ohne die konservierende Wachsschutzschicht auf dem Lack anzugreifen. Er schont dabei den Lack durch besonders sanfte Tenside. Sonax Glanz Shampoo Konzentrat ist phosphatfrei und pH-neutral. Nach der Wäsche mit dem Hochdruckreiniger und klarem Wasser nachspülen. Besonders leicht lässt sich die meiste Nässe dann mit dem Sonax Flexi Blade abziehen. Das Sonax Mikrofaser Trockentuch erledigt den Rest und sorgt für einen trockenen Lack ohne Streifen und Schlieren. Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Mikrofaser Trockentuch erledigt den Rest und sorgt für das Räume von Höhen. Der Sonax Mikrofaser Trockentuch erledigt den Rest und sch Inkas. Der Sonax Mikrofaser Trockentuch Der Sonax Mikrofaser Trockentuch erledigt den Rest und schlägt den Rest und schlägt den Rest. Vielen Dank.